Was ist die Befestigung der Befestigung? Was ist die Befestigung der Befestigung der Befestigung? Dem Handwerker einfach eine Hilfestellung, wo er die Fragen beantworten kann und die App hilft ihm, die Fragen zu beantworten. Am Ende zu sagen, mit dem Produkt bist du auf der sicheren Seite, das hält auch für die nächsten 100 Jahre. Am Anfang muss man den Mitarbeitern erst einmal erklären, um was es da genau geht und vor allem auch Ängste nehmen. Viele denken, oh Digitalisierung, das ganze Unternehmen wird umgekrempelt, mein Arbeitsplatz ist nicht mehr sicher, alles wird sich verändern, nämlich braucht es nicht mehr. Und hier muss man die Kirche auch ein Stück weit im Dorf lassen. Es gibt hier und da Verlagerungen und Veränderungen und da muss man die Mitarbeiter wirklich von Anfang an mitnehmen, Ängste, Südwest steht für Tüftler, Ingenieure, Erfindungen, hier wurde das Auto erfunden, auch der Dübel wurde hier erfunden und ich denke auch gerade im Bereich Digitalisierung stehen wir auch für innovative Lösungen, mal etwas auszuprobieren, zu tüfteln und wirklich gute Ingenieurskraft.